Hallo liebe Freunde und willkommen zum Teil 2 Excel, die dunkle Seite der Macht. Ja, diesmal sind wir aber auf der hellen Seite unterwegs. Und zwar, wir hatten im letzten Video ja gesehen, dass wir durch die Autokorrektur, die sich übrigens über verschiedene Office-Programme dann hinwegzieht, auch das hatten wir ja gesehen, entsprechend uns einen kleinen Spaß erlauben können. Das sollten wir aber auf den 1. April oder auf den Ende des Jahres oder sowas beschränken zumindest. Aber man kann das Ganze auch positiv für sich nutzen. Und zwar beispielsweise, indem man hier Formeln hinterlegt. Das heißt, ich könnte jetzt folgendes tun, das habe ich schon getan. Beispielsweise habe ich den S-Verweis gerade für mich hinterlegt. Ich könnte jetzt nämlich hier eintragen, SVW, das ist mein S-Verweis. Und wenn ich jetzt ein Leerzeichen eintrage, also einfach nur Leerzeichen, dann seht ihr automatisch, taucht jetzt die Formel S-Verweis auf. Und ich habe die Argumente ein bisschen geändert. Ich habe euch gesagt, was suchst du, welche Tabelle willst du auswählen und was soll ich dir zurückgeben. Das sind halt jetzt hier die Beschriftungen, die ich hier eingefügt habe. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich reingehen. Ich kann das WAS entsprechend hier auch durch die Playstation ersetzen. Ich kann für die Tabelle beispielsweise auch eine Tabelle auswählen. Jetzt sagen wir mal diese hier. Und für die Rückgabe kann ich entsprechend auch einfach sagen, was möchte ich denn haben. Ich beispielsweise möchte ja für die Rückgabe den Spaltenindex. Und der Spaltenindex ist beispielsweise der Umsatz. Und dann könnte ich jetzt hier einfach eine 2 eintragen. So zum Beispiel. Ich könnte das ausführen und ich sehe, ich bekomme dasselbe Ergebnis raus wie davor. Und bei mir ist das ja jetzt noch ein bisschen allgemeiner gehalten. Das hatten wir ja gesehen. Also nochmal SVW entsprechend. Und dann Leerzeichen. Dann seht ihr hier mit dem WAS, Tabelle und Rückgabe habe ich es allgemein gehalten. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr den SVW beispielsweise immer auf einen gewissen Bereich anwenden wollt. Dann könnt ihr auch die Tabelle oder wenn die Tabelle immer den gleichen Namen hat, den Tabellennamen hier schon hinterlegen. Also auch das wäre dann schon vorausgefüllt für euch. Und dann muss man vielleicht sogar nur noch zwei Werte hier eintragen. Also man kann das wirklich für sich anpassen und natürlich auch nicht nur für eine Formel, sondern für mehrere Formeln. Und der Weg, wie das funktioniert, ist nochmal so ähnlich, wie wir es im letzten Mal schon gesehen haben. Ich gehe nochmal raus. Und ich habe es hier unten schon mal vorbereitet. Also ihr müsst einfach nur den Text, den ihr eben haben wollt, wieder schreiben. Ich habe das jetzt hier halt einfach mal, ich habe das letztendlich herausgenommen, damit es nicht als Formel interpretiert wird. Aber dann einfach, was möchtet ihr haben? Ihr könnt das kopieren entsprechend. Und dann geht ihr einfach über Datei wieder in die Optionen rein, da unten. Und dann eben in die Dokumentenprüfung und dann Autokorrektur. Und dann sagt ihr einfach, was für eine Abkürzung. Bei mir war das ja SVW beispielsweise. Und da seht ihr hier entsprechend auch, dass es hinterlegt. Und zwar genau mit dieser Formel. Also über Ctrl-C, Ctrl-C sag ich schon, Steuung C. Und dann in Steuung V habe ich hier einfach das Ganze eingefügt und dann hinzugefügt entsprechend. Und natürlich kann man das hier auch wieder ändern. Also erstmal löschen und dann vielleicht ändern, wenn man das machen möchte. Ja, je nachdem. Genau. Und das ist eben, ich sage mal, die helle Seite der Macht. Ja, möchte ich einfach mal so sagen. Das könnt ihr eben hier für euch hinterlegen. Dann könnt ihr euch hier ein bisschen Zeit sparen. Und auch hier ein bisschen Tipparbeit natürlich sparen. Wichtig aus meiner Sicht, das vielleicht noch als kleiner Hinweis hier. Ihr solltet Abkürzungen wählen, die eben nicht gängig sind. Ja, also nicht, dass man hier zum Beispiel wirklich in Probleme läuft. Wenn ihr sowas sagt, eben wie beim letzten Beispiel, wir nehmen Monat. Und beim Monat sollte automatisch eine Formel auftauchen. Würde ich nicht empfehlen, wenn ihr wisst, dass ihr häufiger auch das Wort Monat schreiben müsst. Aber zum Beispiel SWV, also für S-Verweis, SVW habe ich es genannt. So SVW. Das ist zum Beispiel eine Buchstabenkombination. Die brauche ich in der Regel nicht. Na, da bin ich mir relativ sicher entsprechend. Deswegen kann ich die hier so hinterlegen. Gut, das war es eben für den zweiten Teil. Auch der, der war hoffentlich etwas, das euch wirklich weiterbringt. Und das ihr auch entsprechend häufiger vielleicht für euch nutzen könnt. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter im nächsten Video wieder. Sofern ihr natürlich den Kanal abonniert und regelmäßig folgt. Wovon ich natürlich ausgehe. Vielen Dank dafür und bis bald.